Wie man einen Werksreset auf Ihrem Gerät durchführt Wenn du Probleme mit den Einstellungen oder der Funktionalität eines Navigationsgeräts hast, das über MyDrive Connect oder Wi-Fi aktualisiert wird, befolge diese Schritte, um einen Factory Reset durchzuführen. Um einen Werksreset durchzuführen, gehen Sie zum Hauptmenü und tippen Sie auf Einstellungen. Je nach Gerät tippen Sie auf Zurücksetzen oder Gerät zurücksetzen. Beachten Sie, dass das Zurücksetzen Ihres Geräts alle gespeicherten Orte und Einstellungen löscht und die Standardwerkseinstellungen wiederherstellt. Nach einem Reset können Sie Ihre gespeicherten Orte automatisch wiederherstellen, indem Sie sich in Ihr TomTom-Konto einloggen.